Hey, willkommen zu einem neuen Video. Heutzutage gibt es viele gute Sportlerinnen. Abgesehen davon, dass sie in ihren Disziplinen gut sind, zeichnen sich viele von ihnen durch ihre Schönheit aus. In unserem heutigen Video sprechen wir über die schönsten Sportlerinnen aller Zeiten. Bist du neu auf diesem Kanal? Dann abonniere ihn und drücke die Benachrichtigungsglocke. Und bevor wir anfangen, like das Video auch. 13. Alex Morgan Alexandra Morgan Carrasco ist eine erfolgreiche amerikanische Fußballspielerin. Ihre Reise begann, nachdem sie beim WPS-Draft 2011 von den Western New York Flash an erster Stelle gewählt wurde. Mit nur 22 Jahren war Alexandra die jüngste Spielerin der Nationalmannschaft bei der FIFA-Frauenweltmeisterschaft 2011, die den zweiten Platz belegte. Zu Alexandras Karrierehöhepunkten gehören der Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2012 in London, Rekorde bei Toren und Assists und zahlreiche Auszeichnungen wie zum Beispiel US Soccer Female Athlete of the Year. Sie ist auch eine erfolgreiche Autorin und Schauspielerin mit ihrer Buchreihe The Kicks und einer Filmrolle in Alex & Me. Zu ihren Werbepartnern gehören große Namen wie Nike, McDonalds und Coca-Cola, was sie zu einer der bestbezahlten amerikanischen Frauenfußballerinnen macht. Sierra Blair Coyle, 22 Jahre alt, aus Scottsdale, Arizona, ist Mitglied des Team USA im Klettern. Sie begann ihre professionelle Kletterkarriere im jungen Alter von 14 Jahren und hat sich in diesem Bereich bereits einen Namen gemacht. Im Jahr 2015 wurde sie von Askman zu einer der Top 99 Most Outstanding Women gewählt. Sierra hat von 2010 bis 2016 an Weltcup-Veranstaltungen teilgenommen und ist derzeit Mitglied des US-Kletterteams. Während ihrer Juniorenzeit wurde sie zweimal nationale Meisterin. Im Mai 2016 schloss sie ihr Studium an der Arizona State University mit einem Abschluss in Marketing ab. Heute widmet Sierra ihre Zeit dem Reisen um die Welt, ihrer Leidenschaft für das Klettern und den Wettkämpfen auf höchstem Niveau. 11. Bianca Salming Bianca Emily Elisabeth Salming, geboren am 22. November 1998, ist eine schwedische Leichtathletin, die für ihre Leistungen im Siebenkampf bekannt ist. In ihrer Jugend holte sie zahlreiche Goldmedaillen BI den schwedischen Meisterschaften. Sie startete zunächst für TBI-S, vertritt aber seit 2017 Turebergs FK. Neben dem Siebenkampf ist Bianca auch im Weitsprung aktiv. Im Jahr 2016 erreichte sie BI der Junioren-Weltmeisterschaft einen beachtlichen vierten Platz im Siebenkampf. Bianca vertrat Schweden stolz bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2018 in Berlin und bei EI den Leichtathletik-Europameisterschaften 2022 in München, wo sie den achten Platz im Siebenkampf erreichte. Jutta Leerdam, geboren am 30. Dezember 1998, ist eine niederländische Eisschnellläuferin, die sich vor allem im Sprint auszeichnet. 2017 wurde sie bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Helsinki, Finnland, Junioren-Weltmeisterin. Im darauffolgenden Jahr, bei den Meisterschaften 2018 in Salt Lake City, USA, sicherte sie sich den zweiten Platz, wobei ihre Landsfrau Joy Björn den ersten Platz belegte. In der Saison 2017 bis 2018 triumphierte Jutta beim ISU Junior World Cup und gewann die 1000 Meter und 1500 Meter. Außerdem wurde sie niederländische Juniorenmeisterin im Sprint. Im Jahr 2018 wechselte sie zum professionellen Eisschnelllauf und schloss sich dem Team IKO an. 9. Camille Leblanc-Basinet Camille Leblanc-Basinet, die am 10. Oktober 1988 in Richelieu, Quebec, geboren wurde, hatte einen abwechslungsreichen sportlichen Werdegang. Zunächst war sie fast 14 Jahre lang eine herausragende Türnerin, musste aber mit 16 Jahren ihre Turnkarriere wegen einer Hüftverletzung unterbrechen. Nach ihrer Genesung spielte sie in der A-Jugend Fußball und Volleyball und war sogar Kapitänin eines College-Football-Teams. Camille entdeckte auch Aktivitäten wie Halbmarathons, Skifahren und Rugby. Ihr Einstieg in Crossfit kam unerwartet, als ein Mann ihre Fitness-BI einem Team-Event herausforderte. Nach anfänglichem Widerstand ihrer Eltern und Freunde, die es für riskant hielten, haben sie Crossfit schließlich angenommen. Camille Leblanc-Basinet entwickelte sich zu einer prominenten Figur im Crossfit und gewann den weiblichen Titel B den Crossfit Games 2014. 8. Eugenie Bouchard-Wimbledon Eugenie Bouchard, bekannt als Genie, ist eine kanadische Profi-Tennisspielerin, die am 25 Februar 1994 geboren wurde. Im Jahr 2014 schrieb sie Geschichte, als sie das Finale eines großen Einzelturniers, der Wimbledon Championships, erreichte und damit die erste in Kanada geborene Spielerin war, der dieses Kunststück gelang. Ihr Tennisstil zeichnet sich durch eine aggressive Spielweise aus, bei der kraftvolle Grundschläge von der Grundlinie im Vordergrund stehen. Eugenie ist besonders stark mit ihrer beidhändigen Rückhand, mit der sie ihre Gegnerinnen hinter die Grundlinie drängen kann. Ihre Vorhand ist zwar kraftvoll, kann aber aufgrund ihres verkürzten Schwungs manchmal zu Fehlern führen. Während sie im Doppel brilliert, bleibt sie in den Einzelspielen eher an der Grundlinie. 7. Paige Van Zandt Paige Michelle Van Zandt, bekannt für ihre verschiedenen Talente, ist eine amerikanische Persönlichkeit mit einer vielseitigen Karriere. Sie hat Mixed Martial Arts, Boxen mit bloßen Fäusten, professionelles Wrestling, Schreiben und Modeln betrieben. Paige kämpfte früher in der Ultimate Fighting Championship, UFC, in der Fliegengewichtsklasse. Sie ist auch im Fernsehen in Shows wie Dancing with the Stars und Chopped aufgetreten. Sie hat auch schon für Nike und Columbia Sportswear gemodelt. In einem Interview mit OnlyFans verriet Paige kürzlich, dass sie in nur 24 Stunden mehr Geld verdient hat, als in ihrer Kampfkarriere. 6. Jin Yu Frey Jin Yu Frey, mit einer professionellen MMA-Bilanz von elf Siegen und neun Niederlagen, hat in letzter Zeit mit einer Serie von drei aufeinanderfolgenden Niederlagen zu kämpfen. Sie ist 38 Jahre alt und wurde am 20 Mai 1985 in Arkansas, Vereinigte Staaten, geboren. Ihr Cheftrainer ist Douglas Frey. Im Laufe ihrer Karriere hat sie ein Einkommen von 17.500 Dollar, 16.530 Euro, angegeben. Jin Yu Freys Weg in der Welt der Mixed Martial Arts spiegelt ihre Hingabe und Leidenschaft für diesen Sport wieder. 5. Lieke Klava Lieke Klava, eine niederländische Leichtathletin, die am 20. August 1998 geboren wurde, ist eine hervorragende Sprinterin, die sich auf die 200 Meter und 400 Meter spezialisiert hat. Mit dem niederländischen Frauenteam wurde sie 2023 Weltmeisterin in der 4x400 Meter Staffel. Lieke vertrat die Niederlande BAI den Olympischen Spielen 2020 in Tokio und belegte BAI den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2022 den vierten Platz über 400 Meter. Zusätzlich zu ihren individuellen Erfolgen gewann sie 2023 eine Silbermedaille BAI, den Hallen Europameisterschaften. Lieke hat außerdem vier nationale Titel errungen. Ihre Leistungen erstrecken sich auch auf Staffelwettbewerbe, wo sie sechs wichtige Medaillen gewonnen hat, darunter Silber mit der gemischten Staffel BAI den Weltmeisterschaften 2022 und Gold, mit der Frauenstaffel BA den Weltmeisterschaften 2023. 4. Ivona Dadik Ivona Dadik, geboren am 29. Dezember 1993, ist eine österreichische Leichtathletin mit bosnischer Herkunft. Sie nahm an den Olympischen Sommerspielen 2012 im Siebenkampf der Frauen teil und belegte BAI den Olympischen Sommerspielen 2020 den achten Platz. Ihre sportliche Reise begann im Alter von neun Jahren, als sie ihren ersten Wettkampf gewann. Tragischerweise starb ihr Bruder Ivan 2008 BAI einem Autounfall, woraufhin sie sich ein Kreuz mit seinem Namen auf ihre linke Hand tätowieren ließ. 2015 gewann sie BAI den U23 Europameisterschaften mit 6033 Punkten eine Bronzemedaille und ein Jahr später sicherte sie sich bei den Meisterschaften in Amsterdam 2016 mit 6408 Punkten eine weitere Bronzemedaille. 3. Sydney Leroux Sydney Ray Leroux, geboren am 7. Mai 1990, ist eine Profifußballerin und Olympiasiegerin, die derzeit als Stürmerin für Angel City FC in der National Women's Soccer League, NWSL, spielt. Obwohl sie in Kanada geboren wurde, entschied sie sich später, die U20-Frauenfußball-Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten und die A-Nationalmannschaft zu vertreten. Sydney hat mehr als 75 Länderspiele für die A-Nationalmannschaft absolviert und war Teil der US-Siegermannschaft bei den Olympischen Spielen 2012 in London und der Frauenweltmeisterschaft 2015. Sie hat sich auch als Model und in anderen Berufen versucht. Sie hat in mehreren Werbespots für Nike mitgewirkt, in denen sie ihre Sportlichkeit unter Beweis stellte und die Marke unterstützte. 2. Snezana Rodic Snezana Rodic, die vor ihrer Heirat mit Alexander Rodic als Snezana Vukmirovic bekannt war, ist eine slowenische Dreispringerin. Sie wurde am 19. August 1982 geboren. Beim Dreisprung geht es um eine Kombination aus Schnelligkeit, Kraft und Technik, bei der die Athletinnen und Athleten versuchen, in einer Folge von drei aufeinanderfolgenden Sprüngen so weit wie möglich zu springen. Im Laufe ihrer Karriere hat Snezana Rodic wahrscheinlich an verschiedenen Wettkämpfen im In- und Ausland teilgenommen und Slowenien auf der sportlichen Bühne vertreten. Ihr Engagement und ihre harte Arbeit waren für den Erfolg und die Anerkennung in der Welt des Dreispringens wohl unerlässlich. 1. Shelina Zadorsky Shelina Laura Zadorsky, geboren am 24. Oktober 1992, ist eine kanadische Fußballspielerin, die derzeit als Innenverteidigerin für das FA Women's Super League Team Tottenham Hotspur spielt und die kanadische Nationalmannschaft vertritt. Sie hat auch schon für Perth Glory in der australischen W-League und Vizio GIK in der schwedischen Top-Liga gespielt. Shelina hat eine erfolgreiche internationale Karriere hinter sich. Sie gewann mit Kanada, bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio eine Bronzemedaille und bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio eine Goldmedaille. Ihr Debüt für die Nationalmannschaft gab sie im Alter von 20 Jahren am 14. Januar 2013. Welche dieser Sportlerinnen ist deiner Meinung nach die schönste? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wenn dir das Video gefällt, gib ihm einen Daumen hoch. Wenn du mehr Videos sehen möchtest, die wir gemacht haben, klicke auf eines auf dem Bildschirm oder sieh dir unseren Kanal an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.